Wolkenrennen. Ja, das ist eine neue. Ja doch, das ist eine neue. Und die hat es in sich. Oh. Krass. Schon gar nicht mehr aus wie Fall Guys. Wow. Schwerkraft. Ja. Nein, der hat mich unterkommen. Ich habe überhaupt nicht nervig. Schwerkraft. Ich habe die Schwerkraft ja noch an. Hier Flipper. Ach, ich sehe dich, du bist. Oh nein. Ich muss runtergefallen euch, du bist. Also du bist noch auf. Noch, ja. Jetzt bin ich untergefallen. Nein, uh. Ich bin jetzt nach hinten. Und die nach hinten. Ah, die Knappe, die machen das. Okay. noch jemand das ding auf muss versuchen ihren weg nach vorne zu bauen und ob es soviel muss er noch nicht nicht mehr auch aber auch noch bei diesen Dinger und sind auch aus aber ich komme und sie wollen und gleich im Ziel nach dem Ziel auch cool als Schosses das war der dunkle einohren hat es geschafft mein gott wirtschaftlich darum warten ein paar glaube ich das nicht allein ich bin auch hier noch nichts aber ich kann jetzt sagen ich glaubt es war nur eine neue wenn ein sehr ausgesungen am morgen ausgleich ach ja den gibt es hier für jürgen okay die haben eine partnerschaft bekommen okay ich nutze da gibt es doch noch weiter ja wie kommen wir weiter schieben sogar mit schieben ich muss gar nicht mal die dinge machen ich habe das ist einer der ersten ja jetzt hat sich noch keiner qualifiziert okay du bist nicht alles so da gibt es aber welche die sich auch nach vorne schmeißen aber schaust du ja genau lustig und es ist wieder lucky das ist ein goldner meiner 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 wo sich da ist das fährt sehr gut ihr gewusst durch ich bin es weiter wir schauen weiter ab mit der aber das mit dem goldenen richtig gut abgestopft und punkte er aber okay auch ist sieglau sind die goldenen schon weiter da kommt gleich welche die uns hier beenden und unten noch sogar noch die tränen und sagt doch herr mache also wenn es mir sind er war bis durch gelb ist durch geht es nicht gut aus machen die leitung gar nicht vorantreiben den roten machen wieder der rote baller geht gar nicht weiter da keiner ist der hammer hat ihn doch nach vorne getrieben das ding das war vorher noch ganz oben weil niemand da war die waren alle bei uns aber ich hätte so gut in der ersten einmal erster platz ist jetzt mal zwei drei level ab 234 die farbe sonneneruption schwarz und gelb durch einfachen weg wenn ihr euch hier alle abrackert von der seite hoch springen mein gott darüber weiß ich war die ganze zeit auf das ding ich stand so zehn sekunden an so einen blöden teil und da ist immer hochgegangen wenn ich gerade nicht darauf stand auch sich als voller bestätigt hat die ganze zeit irgendwie aktiviert ich habe genau im falschen moment immer getroffen das ist blöd und ich habe es genau gesehen muss man gewinnen also das auch neu ach ja hier musste quasi bis zum ziel kommen wenn du runter füllst und wirst du wieder respond dieses überlebensding bald als rennen also jetzt wo man nicht mit schlampen das wird zwar runter laufen bei mir ich wollte gerade sagen weil ihr läuft gerade richtig und wird sie natürlich direkt runter ich dachte auch die wand wird noch wieder hoch tragen aber war nicht ich habe jetzt gedacht wenn er darunter fällt dann könnte irgendwie noch unten so ein bisschen weiter laufen das wäre so ich schaffst du nicht mehr ich sehe nehmen wir meine teamkollegen sind direkt neben mir gerade position ok weiß die so ich weiß nicht immer an unsere anderen punkte müssen irgendwie zusammengezählt werden das wäre nicht ein schöner zusammengezählt zusammengezählt nein ich dachte ich habe ich ich habe glaube ich ziehen als ich durchgekommen bin wenn wir jetzt der er als ich reingegangen war trupp position 5 und dann irgendwie sind mehr leute reingangeln ist dann immer weiter nach oben kann ja okay ich nehme an unsere punkte wir ändern zusammengezählt da kommen die da oben sind vier am ongas leute position 54 bei mir position 5 ja weil wir auch weihnachtsmann wird bei mir die ganze zeit nur hin und her der denkt einfach nur noch fest dass der mit der disco cool die disco cool kommt auch nicht klar besten drei kommen weiter nein das heißt wenn er jetzt raus ist sind wir raus wollen ist nämlich an war ich glaube wir sind und dritter also er ist uns bei darunter gezogen kannst du sagen aber es ist ja genau wir sind noch zu dritt verräter sind draußen wir haben morgen aus typen tüßen mit euch haben wir ausgebotet die boxhandschuhe ja wir werden ja übelst abortiert gerade die kugel nicht hoch eine person und die ganze genervt hat sich ausgeschrieben aber ich finde den modus cool ja wenn halbwegs guten themen ist das auch ein bisschen gewinnt alle meine herausforderungen abgeschlossen da waren wir sind das passiert ist mehr drei level ups vier level ups bekommen jetzt ja auch bei 8 stelle mal vor einer von uns geht irgendwie disconnected ja voll liebe ich bin dann alle raus ich glaube mutter ein das irgendwie allgemein was mich irgendwie interessieren würde es wenn irgendwie im finale bis und alle werden disconnected außer du gewinnst dann automatisch stimmt gutes ziel ja ich sehe auch das ziel normalerweise schwingt da so über die ganze level oder so hier müsst ihr hin das ist alles das erste mal spielt aber mit ihr gefallen ist eine schöne ich habe geschafft genau gleich da nein 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 ich ziehe unser team ja wir haben verloren das machte und auf allen näher schaffen man 13 du hast du blumen streng mich an wir waren auch noch sehr viel besser glaube ich obwohl du was relativ früh drin ja ich war der erste wir haben nicht runter gezogen was nehme ich euch überhaupt schon ins finale gekommen wenn wir nicht ich glaube ein paar eier von gelb sind sowieso schon am verlieren ich schließe mich an ich schließe mich an ich schließe mich an haben wir noch ein gute arbeit weiter machen ja ich habe das erfolgrechts in unsere basis eingebracht ich bin ja wir gewinnen sowieso kommst du zu kommst du zu jetzt bitte doch müsste der gelbe zurück ist ja weg das unser meins tschüss ja 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 da ist natürlich voll und verwende gerade in diesem team bis dann ich glaube ich bin schon wieder disconnected ja die musik ist auf einmal weggegangen wird schon gemerkt dass ich werde disconnected werde ich glaube ich komme noch nicht ins finale ich glaube noch ein spiel nein ist das denn was gibt fall oh das ist neu ich habe jetzt gar nicht gesehen was ich machen muss die punkte in berlin gegnischen kochen für das dann wahrscheinlich die vorschau die ich gerade gesehen keine auch hier müsste ein ja jetzt nur die frage wurde dann rein müssen ja ja die körpern ne 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 eine schüttliche 4anti 24 die gebacken nicht sie muss wirklich punkte noch sehr gut wirklich slam dank den da rein vier zu dreizen jetzt zu kurz und zu kurz und nicht die disco kugel da reinwerfen sind auch für den ball 6 zu 16 sind schon ich habe schon 18 nein schon da ich kann es auch stehen ich bin entführung jetzt runter ich bin am brand von diesem ding jetzt komme ich nicht mehr weiter ich war die ganze zeit in führung jetzt kommt gar nicht mehr weiter ich bin ein pfeiler unten ich habe ich habe da unten gerade gesehen ich bin jetzt beim letzten abschnitt ich bin durch könnte es könnte es noch wenn jetzt nicht unterfällt ja jetzt richtig jetzt alle richtig weitermachen neuer keine Waffen ist bei der Türkei ist verkürzt und er möchte ich den ersten Platz halten ja passt wo bist du ich bin direkt hinterher längst ich sehe dich eine sekunde später wird dann immer geschafft einen abschnitt Nein, ich bin draußen. Nein! Du isst mich ja rein. Ich nehm den Humboldt übernicht. Ne, ich glaub, da wird nix. Ja, weißt du. Wir haben schon gemerkt, der Rhythmus, der passt nicht so. Ja, ich wollte noch nix machen, aber ne. So ist das. Ah, Spaß noch. Ja, ich auch. Ah, schon wieder vier Punkte. Für ein Level-Up, eh. Gibt's nicht. Ja. 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 Ja.